Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, herzlich willkommen auf unserem Uptrend-Kanal. Mein Name ist Daniel und heute gibt es den versprochenen zweiten Teil zum zweiten Interview mit Dr. Peter Reinhardt, dem Founder von Krösus. Falls du jetzt noch gar nicht weißt, was es mit Krösus auf sich hat, hier die Verlinkung. Und ich kann dir sagen, also da war ja schon Teil 1 sehr, sehr spannend. Wir haben ja vermeintlich Peter als Scammer entlarvt. Was es damit auf sich hat, hier die Verlinkung. Und ja, jetzt ging es eben hier weiter, wo wir uns mal zu einem zweiten Interview getroffen haben. Teil 1, hier die Verlinkung. Und mal drüber gesprochen haben, ja diese Gewinnzusagen, diese extremen APYs, geht das überhaupt? Wie geht es denn jetzt überhaupt weiter? Wie zentral wird Krypto? Wird das Bargeld vielleicht komplett abgeschafft? Was ist da so die Expertenmeinung? Darauf darfst du dich jetzt hier im Interview freuen. Aber vorher noch ein kleines Announcement, ein ziemlich cooles Projekt, was wir bereits vorgestellt haben. Und zwar die Nexus App. Wenn du noch gar nicht weißt, was es mit Nexus auf sich hat, dann hier die Verlinkung zum Video. Und ja, wir haben da auch ein ziemlich, ziemlich cooles Founder-Interview geführt, wo man auch merkt, was da für Know-How so dahinter steckt. Hier die Verlinkung. Du hast jetzt die Möglichkeit, bei diesem Projekt im Pre-Sale zu investieren. Alle Infos dazu unten in der Description. Und jetzt starten wir in Teil 2 vom Interview. Wir suchen immer für die aktuellen Probleme nach Lösungen. Und Größeres ist ja eine Reaktion auf die Zeit. Wir haben überlegt, wie kommen wir mit der ganzen schwierigen Konstellation, auch mit dem Verfall der Fiat-Währung zurecht. Wie können wir dezentral sichern? Und da kommt alles zusammen. Die Blockchain entwickelt sich immer weiter. Die NFTs kamen dazu. Wir haben ein Modell geschaffen, wo wir maximale Sicherheit bieten können. Und in einer Kombination mit dem exponentiell progressiven Wachstum des Unternehmens, also des Kapitals unserer Kunden. Ich weiß, wir hatten schon darüber gesprochen, es gibt natürlich gerade in der Kryptoszene Menschen, die extreme Renditen zusagen oder versprechen und am Ende wahrscheinlich nicht halten können. Weil ich weiß, wie schwierig es ist, sagen wir mal 25, 30, 50 Prozent im Jahr zu machen. Das macht ja kaum jemand, nicht ohne Grund. Und wir bieten mindestens 100 Prozent an, weil wir von der anderen Seite kommen. Ich breche es immer runter. Ich gucke, wenn ich am Ende des Jahres 1000 Prozent habe, dann gucke ich nach Abzug, wenn ich alles glatt stelle, Kosten begleiche, dass da noch was übrig ist. Und da ist noch so viel übrig, dass alle zufrieden sind. Ich kämpfe also nicht um 70, 80, 90, sondern ich komme von der anderen Seite und hole das meiste raus. Aber es ist halt nicht alles so einfach. Deswegen bin ich immer sehr beeindruckt, wenn ich enorme Zahlen lese, tausende von Prozenten und so, was die Leute machen. Ich muss 12 bis 14 Stunden arbeiten, um ein Prozent am Tag zu machen. Das klingt nicht viel, aber dieses eine Prozent setzt sich aus 200, 250 Einzelschritten zusammen. Und das ist eine Riesenarbeit. Wenn jetzt meinetwegen andere Trader zuhören, die mögen das lächerlich finden, aber ich mache es halt so und ich mache ein Prozent am Tag, durchschnittlich. Ich mache manchmal drei Prozent am Tag, aber ich mache manchmal nichts. Und in der Summe komme ich dann auf die 1000 Prozent in der exponentiellen Progression. Das ist das, was ich kann und das verbinde ich jetzt mit diesem neuen Geschäftsmodell, dass wir sagen, wir sind aus Europa raus. Das Geld ist nicht in Europa, die Wallet ist nicht in Europa, alles ist dezentral und die Kunden sind mit ihrem Geld bei uns sicher. Und wir verdienen ganz am Ende. Das ist immer die große Frage. Manche Leute fragen mich, wenn du so ein guter Trader bist, wozu brauchst du denn dann das Geld der anderen Leute? Ich brauche es nicht. Ja, das muss man immer den Leuten sagen. Ich kann mit meiner Performance, mit einem 100.000 Euro Konto ganz alleine wunderbar leben. Ich brauche das nicht. Aber ich habe Spaß dran und ich habe Spaß an der Performance und ich ziehe ja natürlich auch mein Team mit. Wir sind ein super Team und jeder hat eine absolute Kapazität in seinem Fach. Und wir sind zusammen eine super Unit. Also ich bin da sehr froh, dass wir uns so gefunden haben. Und ich will das so lange wie möglich behalten. Also mindestens fünf bis zehn Jahre ziehen wir das durch und gucken, was geht. Und wir haben heute schon, ich weiß, dass ich in Hongkong von meinen ganzen anderen CEOs, mit denen ich verbunden bin, beobachtet werde. Ja, die beobachten uns, aber für die bin ich ein ganz kleiner, ganz kleiner Bude. Die sagen, warte mal, wenn du groß genug bist, dann kommen wir schon zu dir. Die haben Summen, die die dort verarbeiten müssen, die kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist also eine andere Welt. Aber wir sind halt nicht so ein großes Unternehmen. Wir sind lieber klein und fein, flexibel, langlebig, sicher. Und ich kenne die Leute alle. Und jetzt geht es nicht mehr so, weil wir jetzt praktisch ein anderes Geschäftsmodell haben. Aber in meinem früheren Geschäft kannte ich jeden meiner Kunden. Das ist, also das dürfte auch jedem im letzten Interview auch aufgefallen sein, dass da eben auch die Ambitionen ganz andere sind. Also wo du auch von deiner Stiftung erzählt hast, etc. Da ist ja viel mehr dahinter als nur, ich verdiene da ganz viel Geld damit. Das ist ja immer so diese Denklaube und eher zu vergessen, hey, pass mal auf, ich will da was Großes schaffen. Also wo ich dich vielleicht ein bisschen abholen kann, weil das ist wirklich in der Tat immer so Augenwischerei. Es gibt ja zum Beispiel die Staking-Modelle, die schütten am Anfang immens aus. Und dann gibt es zum Beispiel sogenannte Auto-Compounding-Protokolle, die werden copy and paste diese Dinge erstellt. Die hauen dir teilweise vermeintlich, das ist dann Staking XXL auf gut Deutsch, 2 Milliarden Prozent APY im Jahr aus. Ja, jetzt pass auf, aber jetzt kommt das Lustige dran. Es gibt immer wieder Menschen, da erscheinen, also bis vor ein, zwei Monaten waren das 5 bis 6 solche Projekte, die pro Tag auf den Markt kommen. Die Leute investieren rein, weil die sagen, boah krass, 2 Milliarden, das sind ja dann, wow. Ja, jetzt kommt halt nur genau das Ding, keiner rechnet die Inflation mit. Weil wenn ich den Token so inflationär ausschütte, dann habe ich halt genau das gleiche Spiel wie bei uns im Fiat-Geld. Du hast ja null Wertsubstanz drin dran, die Leute wechseln um und dann kommt nämlich genau dieser Umkehrschluss. Diese fetten Prozente sind ja ganz geil, aber wenn der Token nichts wert ist, bringt dir auch die ganze Menge nichts. Und das ist eben genau der Unterschied, wo ich sage, da gehe ich tausendmal lieber in ein System, wie du es hast, weil das ist wirklich reelle Wertschöpfung und das erfordert Zeit, definitiv, weil ein Token zu erstellen und den dann einfach irgendwie auf den Markt zu schieben mit egal wie viel Prozent, der wird gnadenlos abverkauft. Und es geht halt dann mal, drei, vier Wochen geht es gut und dann Batsch, weg. Und natürlich samt dem Geld, was da noch so drin ist, das darf man jetzt an der Art nicht vergessen. Ich sehe das eben auch und ich sehe auch nicht, wie die Leute überleben wollen langfristig bei solchen Zusagen. Ich habe gelernt, es ist besser, du sagst 100 Prozent und machst dann 120. Ja, ich habe gelernt, wenn ich 100 sage und geht nur 99, dann sind die Leute ein bisschen weniger motiviert. Also man sollte am Anfang lieber tiefer stapeln und dann sagen, okay, wir haben mehr rausgeholt, wir haben eine Bonusrunde oder irgendwas. Also es ist immer besser andersrum. Und wem, ich muss es ja auch sagen, wem 100 Prozent im Jahr nicht genug sind, dann sind wir nicht der richtige Ansprechpartner. Ja, aber ich sehe, was die anderen Kollegen machen, alle, die jetzt gerade im Kapitalanlagebereich überall unterwegs sind, das ist alles nichts, was mich umhaut, wo ich eventuell hingehen würde. Also wir reden da, die im Augenblick sind alle unter Null, aber wenn die gut drauf sind, dann machen die mal sechs bis zwölf Prozent im Jahr. Das ist also auch nichts Besonderes in meinen Augen, gerade wenn wir von Inflation reden, zwischen acht und 15 Prozent. Ich sage, alles ab 25 Prozent ist überhaupt interessant anzuschaffen. Weil in der Zukunft, wir haben ja eine offizielle Kerninflation, aber wir haben ja eine, wie soll ich sagen, versteckte, manipulierte, verwischte. Es wird ja der Warnclub auch ständig wieder rumgedreht daran, dass das nicht so dramatisch aussieht. Aber unter uns, ich glaube, 15, 20 Prozent kann man da ruhig ansetzen schon. Und dann ist man erst mal mit 20 Prozent in der Wertstabilität des Geldes. Das heißt, in der Kaufkrafterhaltung. So, das bedeutet, darüber hinaus fange ich erst mal an, Geld zu verdienen. Und dann weiß ich nicht, wie die anderen das machen. Also nochmal, bei uns ist viel, viel Arbeit drin. Aber ich verwalte natürlich auch in drin mein eigenes Geld. Deswegen macht es für mich keinen großen Unterschied, ob ich jetzt ein Konto mit 100.000 oder 500.000 oder 5 Millionen habe. Es ist im Grunde immer der gleiche Ablauf. Aber ich mache eben viel mit Fleiß. Und da macht es eben für mich keinen Unterschied. Aber die technische Umsetzung, da brauche ich eben das Team. Früher habe ich das nicht gemacht, da habe ich das alles händisch gemacht. Aber da waren wir auch im Fiat-System, im SEPA-Bereich. Da haben wir alles über ganz normalen Banktransfer gemacht. Davon wollen wir ganz besonders weg, dass wir unabhängig sind von den Banken. Eine Bank kann jedes Geschäft jederzeit auf dich abschalten. Einfach so. Die sperren deine Konten. Und dann geben dir irgendeine Begründung. Aber du kannst deine Bank nicht verklagen. Also ich klage gerade gegen zwei Banken. Eine in Australien und eine in Spanien, in Madrid. Und die Klage in Madrid, die läuft jetzt schon seit fünf Jahren. Seit fünf Jahren, ja. Vorgericht. Die Rechtsanwälte von der Bank, die sagen, natürlich gewinnen sie. Ganz klar. Ganz einfache Rechtslage. Aber die Bank besteht auf dem Richterspruch. Ja, die sagen, wir wollen von dem Richter den Befehl, dass wir das Konto freigeben. So, gleiches System haben wir in Sydney. Aber ich will nur sagen, da muss man gefeit sein. Das ist nichts, was mich umbringt. Ja, aber da muss man, ich will nur sagen, es gibt kein Recht oder so, was man dir einfach schenkt und sagt, weil du so nett aussiehst, bekommst du bei uns alles. Nein, man wird überall bekämpfen, gerade in Deutschland. Ich habe das nirgendwo so stark erlebt wie in Deutschland, dass man in unserer Finanzbranche so stark bekämpft wird. Das liegt aber an der Geschichte, dass die Banken, wie gesagt, auch die Gesetze schreiben und dass die Banken den Staat finanzieren und die Banken natürlich zu dem, zu der Regierung sagen, wir wollen nicht, dass hier der sogenannte graue Kapitalmarkt umläuft. Die Leute sollen zur Bank gehen, zur Sparkasse, zur Commerzbank und zur Deutschen Bank, sollen dort ihr Geld anlegen und nicht das Geld dort wegtragen und zu irgendjemandem bringen, der eventuell mehr draus macht. Ja, also wir sind natürlich extrem flexibel. Wir können uns anpassen, das können die anderen gar nicht. Ja, jetzt lass uns da nochmal reingehen, weil das ist natürlich so ein Thema, also Krypto, klar, dezentral. Allerdings, also dieser ganze Defi-Space, dass der massentauglich wird, dass der also wirklich in der breiten Masse angenommen wird und natürlich auch Regierungs-Sites, weil das ist wahrscheinlich eher der Dorn im Auge, also weniger jetzt dieses Digitale an sich, sondern wie du es eben so schön sagst, dieses Unregulierbare, weil ja hier ist der dezentrale Wallet und dort und jenes. Jetzt kann man ja quasi davon ausgehen, selbst wenn du sagst, du hast in dem Kosmos, hast du ja lauter dezentrale Wallet, hast du ja irgendwo, zumindest wenn du jetzt im europäischen Bereich bist, irgendwo eine Schnittstelle. Sei es Beine, sei es Coinbase, wie die alle heißen, zentrale Börsen, die dir dann wiederum das Geld ja aufs Bankkonto packen. Was ist da so deine Vermutung, also das ist diese Massenadaption, findet langfristig, was da so die nächsten Jahre passieren wird und natürlich, Frage Nummer zwei gleich hinten dran, Siehst du da eine Gefahr, also dass dann irgendwann plötzlich die Bank sagt, jo, Krypto erkennen wir nicht mehr an, also ich kann es mir zwar bei Beinen sehr schwer vorstellen, weil das ist so bei mir gerade der Gedankengang, weil die machen mittlerweile am Tag mehr Geld als eine Wall Street. Also das ist total crazy. Also die wegzudenken wäre jetzt nicht zu denken soweit, aber wie wollen die da dagegen vorgehen? Das ist was. Sie werden auf jeden Fall versuchen, das zu regulieren, ganz klar. Aber das Problem ist ja, dass die Leute, die dagegen vorgehen wollen oder müssen, vom Intellekt und von der Ausbildung und vom Enthusiasmus und vom ganzen Engagement natürlich weit entfernt sind, wie zum Beispiel vom Chef von Binance, also den können die schlecht einholen. Aber das heißt nicht, dass sie nicht irgendwann versuchen oder vielleicht sogar schaffen, aber wir haben einen Zeitvorsprung von mindestens, also bei, ich glaube mal, zehn Jahren mindestens. Und in dieser Zeit entwickeln wir uns auch weiter. Wir finden immer wieder neue Sachen. Es wird immer wieder Ausweichmöglichkeiten geben, wo man Winkel oder wo man Nischen findet, wo man legal ist, selbst, aber dezentral und unsichtbar. Darum geht es uns. Es geht ja gar nicht darum, was illegal ist, sondern es geht ja nur darum, das eigenes Vermögen zu schützen. Ich werde mein eigenes Geld, das ist wie mit dem Bargeld. Ich werde immer wieder gefragt, das ist eine ganz komische Frage, die immer wieder kehrt, glaubst du, dass das Bargeld abgeschafft wird? Das ist eine Frage, die kriege ich tausendmal im Jahr. Und weil die Leute denken, ich arbeite mit Geld und jetzt muss ich doch auch wissen, wie das mit dem Bargeld weitergeht. Die Leute machen sich Sorgen. Und das sage ich immer, das Bargeld wird niemals abgeschafft werden, ganz einfach aus folgendem Grund. Also es wird eingedämmt, ganz klar. Man wird das wie in Italien sagen, alles über 1.500 darf nicht mehr wahrgemacht werden. Ich denke, die Schnittstelle wird bei uns vielleicht so 10.000 Euro werden oder Dollar. Aber die Begründung ist ganz einfach, wenn ich das mal hier so sagen darf. Etwas nonchalons. Alles die kleinen Spannereien, die die Leute machen, also ihre Drogen und ihre Waffen und ihre, sagen wir mal, Nachtleben finanzieren, das machen die ja alles Cash. Das macht ja keiner mit der Kreditkarte oder mit dem Scheckkarte oder was. Und da werden auch die Politiker oder die Entscheidungsträger niemals zulassen, dass sie da in das Scheinwerferlicht geraten. Die machen ja auch ihre Kleinschweinereien und möchten das auch praktisch im Verborgenen weitermachen. Und deswegen wird man immer Bargeld zulassen. Und dazu kommt noch eine andere Sache. Ich lebe in Südostasien und Afrika oder niemals Südamerika. Alles Cash-Gesellschaften. Da gibt es nur Cash. Also gerade in Afrika 1,4 Milliarden Menschen. Riesenteater, wenn man was mit der Karte bezahlen will. Alles nur Cash. Thailand, Laos, Kambodia, Malaysia, Indonesien. Nur Cash. Hongkong, da gibt es gar kein Kartenzahlsystem mehr, gar kein Cash mehr, gar nichts mehr. Nur noch mit QR-Code bezahlt. Das geht aber auch darum, um die Kontrolle zu haben. Die Chinesen sind ja Weltmeister im Kontrollieren von allem. Und natürlich auch in den Zahlungsverkehr. Die wissen alles über dich, wann du wo was kaufst mit wem. Und die wissen ja auch an den Bewegungsmustern, wer wo ist. Ja, da sind wir weit entfernt davon. Das will ja auch keiner. Aber ich sage nur mal so, wenn in Europa 500 Millionen Menschen oder vielleicht noch 330 Millionen in den USA, die totale Überwachung hinkriegen, dann ist das immer nur noch 800 Millionen von 8 Milliarden. Also sagen wir mal rund 10 Prozent leben in der totalen Überwachung. Vielleicht noch die Chinesen in den Großstädten, aber auf dem Land eben auch nicht mehr. Also ich glaube nicht, dass sich das durchsetzen würde. Ich wäre einer, wenn die totale Überwachung kommt. Ich würde in ein Land gehen, wo es nicht zu überwachen wird. Wo man mit Cash alles machen kann. Also ich habe immer das Problem, dass ich nicht genug Cash habe, sondern alles mit Karte bezahlen will, weil ich das so gewohnt bin. Ich kann ja auch nicht kiloweise immer Geld rumtragen, sondern ich muss immer gucken, wie ich da zurechtkomme. Ich gehe immer in dieselben Restaurants, ich gehe immer in dieselben Supermärkte, wo ich ausnahmsweise mit Karte bezahlen kann und die anderen Geschäfte alle nur mit Cash laufen. Also ich denke, es wird eingedämmt werden. Und nochmal zurück zu deiner Frage, um das abzuschließen. Es wird immer Bestrebungen werden, die Freiheit der Bürger einzuschränken, zu kontrollieren, zu überwachen. Die wird es immer geben und es wird immer stärker werden. Im Augenblick ist es auch so, dass die Amerikaner und die Europäer von den Chinesen lernen. Die importieren ja denen ihre Technik. Die wollen das Punktesystem auch einführen, nicht so radikal, aber das wird auch gemacht, um einfach die Leute an die Kandara zu kriegen. Da wird es aber immer wieder widerspenstige Leute geben, die sich dagegen auflehnen, wie ich. Ich gehe dann, ich kämpfe nicht, aber ich gehe woanders hin und das machen viele andere auch. Aber die Bestrebungen wird es immer geben, ob das erfolgreich ist, das sehe ich nicht. Aber Kryptowährungen, NFTs, das wird man alles zu regulieren, versuchen. Aber da sind wir weit davon entfernt. Weiter von entfernt, weil du siehst ja, wie schwierig das ist, dahinter zu steigen und das zu kontrollieren. Und allein vom Know-how. Und es ist auch nicht so, dass die, wer sich da auskennt in der Materie, der wechselt ja sofort die Seiten. Der geht sofort zu Binance und fängt bei denen an. Warum soll der sich für irgendeine Regierung da krumm machen, um die Leute zu verfolgen, wenn er auf der anderen Seite viel schöner leben kann und weiß, wofür er es macht. Also eher dann deine Vermutung, dass das Ganze ja quasi in der Zukunft einfach weitergeht. Und das, wie du so schön sagst, mit Hase und Igel war es, glaube ich. Hase und Igel war es. Genau, Hase und Igel, dass es halt immer so eine Weiterentwicklung ist. Der eine bringt das, der nächste bringt das wieder nach. Dann kommt hier wieder was dazu. Also man sieht ja auch, was in dem Space so passiert. Also ich habe erst nach Dubai einen Call gehabt, wo es jetzt auch hieß, da war ja große Expo etc. Dubai ist da auch nicht so dieses Dezentrale, weil die bekommen natürlich auch von aller Seite Druck, wo es dann heißt so, ja, ist toll. Wenn du den Emirati über den Tisch ziehst, dann bist du im Kopf kürzer. Wenn du das mit dem Rest der Welt machst, ist denen das relativ herzlich egal. Kann man natürlich auch machen. Aber es kommt natürlich jetzt so bei der kompletten Welt auch nicht so an. Aber da merkt man auch, also wir haben uns da mal kürzlich damit auseinandergesetzt, Firmengründung in Dubai für ein Kryptounternehmen. Viel Spaß, wenn du denkst, das ist einfach und Bürokratie ist nur Deutschland. Alles klar, habe ich auch anders gelernt. Aber da besteht dann doch immer wieder ein bisschen mehr Hoffnung, dass du sagst, das ist halt immer so eine Weiterentwicklung. Dass halt immer wieder was nachkommt und irgendwas kommt. Das ist halt einfach wichtig, weil ich bin da vollkommen bei dir. Es geht nicht um irgendwelche illegalen Tätigkeiten zu machen. Also an der Stelle, sei mal erwähnt, das ist auch der größte Humbug zu erzählen. Krypto, das ist so die Verbrecher, Währungen, das sind Schwachsinn. Eine Pop-Train kann man nicht auslesen. Fast leichter nachgewiesen als bei einer Bankenpreisung. Aber gut. Aber das Ding ist halt, da die Leute natürlich aus dem Kosmos, das merkt man ja sehr, sehr fern zu halten. Gerade in Europa, da ist das ja ganz, boah, Krypto kommen die weg. Aber es kommt immer stärker und es ist halt einfach dieser Vermögensschutz. Also gebe ich auch recht. Ich habe zum Beispiel größte Schwierigkeiten, meine Altkunden zu Größeres zu bekommen. Ja, alle die sagen, das ist NFT und Krypto, da habe ich so viel gehört. Das ist also nichts für mich. Das ist ja nicht schlimm. Aber ich will nur sagen, das ist für viele Menschen heißes Eisen. Die wissen nicht so richtig, wie das funktioniert. Und nun ist das ja auch mit Metamask und Binance und den ganzen, das ist dann das, früher hat man eine IBAN gegeben, die haben die sich einkopiert und da war die Sache erledigt. Ja, und heute ist das alles ein bisschen auch genau diese Verkomplizierung, die ist ja der Trick dabei. Ja, dass wir legal einen Bereich, eine neue Welt betreten, wo die anderen nicht hinterherlaufen können. Und das, darum geht es uns ja gerade. Es muss ja so kompliziert sein, es muss ja alles Blockchain gesichert sein, damit es eben unanpassbar ist. Wenn es für jeden am Computer, in jeder Regierungszentrale auslesbar wäre, dann wäre es ja keine Sicherheit. Ja, also genauso diesen Step, den man macht, diese ganzen Schritte, bis man dann endlich mal investiert und gestaked hat und so weiter, bis man da endlich angekommen ist. Diese ganzen Schritte muss man machen. Und das ist jetzt für uns jetzt nicht so das Problem, aber wenn ich das einem 70-Jährigen erzähle, der gerade weiß, wie er das Geld aus dem ADM rauskriegt, dann ist das schwierig. Ja, da muss man dann schon, deswegen sind wir ja auch hier in deiner Sphäre so mit den jungen Leuten da viel besser bedient. Aber nochmal, es wird immer ein Wettrennen sein, immer. Ja, das ist wie in fast jedem Geschäft. Die wollen nicht, dass die Leute eigenständig sind. Wenn du den Staat fragen würdest, die sagen, dann gehen sie doch zur Sparkasse, dann kriegen sie minus 1,2 Prozent, das ist doch wunderbar. Plus Inflation on top. Ja, die sagen, aber das Geld ist sicher, 100 Prozent sicher. Ja, das ist wahr. Ja, also es ist schwierig. Wir stehen halt auf der anderen Seite. Ja, wir gucken halt. Ich habe so lange, ich war in den ganzen 90er Jahren Investor. Ja, ich habe mein ganzes Geld zu Dresdner Bank getragen, habe nichts wiedergekriegt. Ja, und ich habe daraus gelernt. Und wie gesagt, was wir schon am Anfang hatten, die Persönlichkeit hinter einem Unternehmen ist ja praktisch die Essenz seines Lebens, was er die ganze Zeit gelernt hat, welche Erfahrungen er gemacht hat. Und das bündelt sich dann am Ende. Das findet sich dann am Ende. Und deswegen ist Kursus auch entstanden, weil ich eben auch viele, viele Erfahrungen gemacht habe, gerade in meiner Zeit als Trader. Und ich habe im Geschäft gute Erfahrungen, aber immer mit Banken und Staaten immer Schwierigkeiten, weil die immer sagen, ja eigentlich dürfen sie das überhaupt und muss das sein unbedingt, dass sie das machen. Und das ist immer ganz schwierig, ja. Und dann muss man immer Genehmigungen, Lizenzen und so weiter haben. Und das ist ganz, ganz schwierig. Also es gibt da auch für den Kunden nicht die Freiheit zu wählen. Er muss auch gucken, darf der das überhaupt machen, dem ich mein Geld anzufangen möchte. Ja, und das ist alles so. In meiner Welt könntest du frei entscheiden, was du mit deinem Geld machst. Und du müsstest nicht jemanden vom Staat fragen. Und der Staat sagt, ich muss dich aber schützen, weil du zu dumm bist, das selbst einzuschätzen, was gut für dich ist. Und ich als Staat sage dir, geh zur Sparkasse. Das ist das Beste für dich. Und da kriegst du irgendwas, Krümelprozent, aber das reicht für dich. Du brauchst nicht mehr. Das reicht doch, wenn wir genug Geld haben. Du musst doch nicht unbedingt zu viel Geld haben. Spare 30, 40 Jahre und dann hast du 15.000, wenn du in Rände gehst. Dann kannst du mal in die Ostsee fahren. So sind die Leute ja drauf. Und das stört mich nur so ein bisschen. Wenn ich immer sage, die Politiker, die greifen hin, wenn ich immer gucke, was im Europaparlament los ist, was die sich für Gehälter zahlen. Jetzt haben sie den Inflationsausgleich beschlossen. Die kriegen sie mal eben 8% sofort mehr. Auf 40.000 noch mal 8% obendrauf. Ist ja alles frei für die. Die fliegen frei, die wohnen frei. Die kriegen Wohnkostenzuschuss. Unfassbar. Alle, was die für Gelder dort haben. Man muss ja, wenn man sich die Zahlen mal anguckt, was da für die Verwaltung der Europäischen Union verbraten wird, das kann man sich gar nicht vorstellen. Das wird ja auch nicht kommuniziert. Das weiß ja gar keiner. Wenn man sich vorstellt, dass 60% der ganzen Gelder in der Verwaltung verschwinden, da muss man doch mal fragen, Leute, was ist denn da los? Braucht das überhaupt nicht? Dann würden sie jeden einsperren. Jeden. Und die betrügen. Wenn man mal hinguckt, was gerade mit diesen Verträgen, gerade mit den Pharma-Riesen dort angerichtet wird. Ich denke, die werden alle noch viele Jahre mit Gerichtsprozessen sich umschlagen müssen. Und, naja, wie gesagt, das ist nicht unser Thema. Aber wir versuchen einfach, in unserer Sphäre ein gutes Geschäft zu machen. Wir verkaufen unser Know-how. Und wir arbeiten mehr als viele andere. Und Stundenlohn kann man da auch nicht hingucken. Ich kann ja auch nichts weiter machen in meinem Leben. Ich sage immer, mehr als dreimal am Tag warm essen kann ich auch nicht. Und wie gesagt, ich habe ja mein Einkommen selber gedeckelt und lasse alles andere die Stiftung fließen. Und das ist uferlos, kannst du dir ja vorstellen. Ja, absolut. Da kann nicht genug Geld ankommen. Also, an der Stelle vielen, vielen lieben Dank für dieses tolle Interview mal wieder. Also, ich sage schon, wir können das echt gerne häufiger machen, dass wir da immer mal wieder ein Update machen. Was gibt es Neues? Was passiert? Das wird ja nie langweilig. Also, man kann ja immer wieder über neue Themen kommen. Das entwickelt sich auch. Wir wissen ja auch gar nicht, wo wir in einem halben Jahr stehen. Ja, also ich, wenn du dir meine Videos anguckst oder wenn du mal bei Medium reinguckst, ich sehe ein bisschen schwarz. Also, ich sehe nicht, wie wir da aus der ganzen Nummer rauskommen wollen, wie sich das wieder befrieden lassen soll. Jetzt gerade, wo die Nord Stream Pipelines nicht mehr da sind und nie wieder ins Netz gehen können. Ich habe heute gerade gehört, dass die für immer zerstört sind durch den Salzwassereintritt. Man kann die nicht reparieren. Also, wenn die einmal, die sind jetzt voll mit Salzwasser und die sind jetzt von innen zerstört. Also, das bedeutet, die vier Milliarden, die dafür ausgegeben worden sind, die sind futsch. Ja, also, wenn ich mir sowas vorstelle, was da für Arbeit und für Geld verschwendet wurde, ja, und zerstört es schnell mal was. Da denken wir gar nichts mehr nach. Und das ist ja immer das Totale in diesen Kriegen. Kaputt gemacht ist schnell was, ja, aber aufbauen, das wird viele, viele Jahrzehnte dauern. Also, und nicht sehr langfristig die Energieversorgung in Deutschland gestört. Und das wird auch dazu führen, dass keine neue Industrie mehr kommt und nichts mehr nachwirkt. Die Leute gehen ja alle weg. Alle heute schon entscheiden, die großen Industriebetriebe nicht mehr in Deutschland zu investieren. Und das hat einen Rattenschwanz. Das hat Langzeitwirkungen, die wir uns gar nicht vorstellen können. Und deswegen sage ich, Deutschland wird zurückgebaut. Ja, es wird deindustrialisiert. Und auch die Ausbildung, die einmal abgerissen ist, das bedeutet, wenn ich mal zehn Jahre keinen ausgebildet habe, dann kann ich nicht wieder damit anfangen, weil das Know-how verschwunden ist. Und das Know-how ist abgewandert. Die sind dann in Asien oder in den USA. Aber in Europa ist dann keiner mehr. So, und wir haben in Deutschland den ganzen Laden am Laufen gehalten. Das bedeutet, Italien, Griechenland, Spanien, Irland, die können alleine gar nicht überleben. So, wenn Deutschland nicht mehr da ist und Holland noch. Und das war es dann. Und das sind diese Langzeitfolgen, wo auch Leute wie du, die jetzt noch in Deutschland leben, sich langfristig Gedanken machen müssen, ja, was mache ich denn? Wie geht es denn weiter für mich? Ich muss ja auch hier. Ich habe auch Familie noch in Deutschland. Und wir überlegen ständig, wie wir das irgendwie regeln. Aber gut, ich will deine Zeit nicht. Vielen Dank für deine Zeit und für mich. Jederzeit. Also ich setze mich da einfach nur hin und höre einfach zu. Da kann ich eine Menge lernen. Aber lass uns da gerne echt für die Zukunft noch mal schauen, auch da noch mal reingehen. Also ich glaube, auch alle Zuschauer, also an der Stelle mal Aufforderung, ihr dürft auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wie euch so der Content gefällt, weil er ja mal ein bisschen raus aus dem Cryptospace geht. Ich finde das aber unglaublich wichtig. Und vor allem, das ist ein Thema, wie du sagst. Also ich glaube mittlerweile auch, da wird es, glaube ich, relativ ungenütlich werden so in der nächsten Zeit. Vielleicht behalten wir hoffentlich nicht recht, aber die Zeichen schauen halt leider anders aus. Das ist halt die Sache. Und daher, also an der Stelle vielen lieben Dank. Ich freue mich schon aufs nächste Gespräch. Das sage ich gleich dazu. Aber für den Moment auf jeden Fall erstmal danke dir. Daniel, danke schön. Alles Gute und ruf mich an, wenn was ist. Also ich glaube, wir haben da definitiv nicht zu viel versprochen. Und wenn du Bock hast, bei Größeres zu investieren, das Know-how von Peter, das dürftest du jetzt mittlerweile definitiv kennen, dann schau mal in die Description. Da ist der Anmelde-Link. Und da hast du eben auch die Möglichkeit, dein Investment zu platzieren, beziehungsweise dir auch eins der begehrten NFTs zu sichern. Sonst, wenn dir das Video gefallen hat, gib uns einen Daumen hoch, abonnier diesen Kanal und aktivier die Glocke, dass du keine wichtigen Infos verpasst. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin alles Gute. Ciao.